Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Al-Tana. Der neundimensionale Arktorianische Rat durch Daniel Scranton Mit dem Stromgehen Übersetzt von Al-Tana Seid gegrüßt, wir sind der Arktorianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen Kontakt aufzunehmen. Es geht darum, wie man etwas betrachtet. Das ist es, was eure Erfahrung davon bestimmt. Deshalb, wenn etwas für eure Erfahrung schädlich zu sein scheint, für den Genuss eures Lebens, dann wollt ihr wirklich die Art und Weise ändern, wie ihr es betrachtet. Es ist der wichtigste Faktor, ob ihr euer Leben gerade jetzt genießt. Ihr habt den freien Willen, der über das hinausgeht, was ihr mit eurem Leben tut oder nicht tut. Euer freier Wille ist auch über das Entscheiden, wie sehr ihr eure Leben genießen werdet, im Gegensatz dazu, ob ihr euch entscheidet, nur durch sie zu leiden. Nun, es mag nicht einfach sein, die Art und Weise zu ändern, wie man einen Umstand in seinem Leben betrachtet. Aber es sind die Herausforderungen im Leben, die ihn interessant machen. Wenn alles einfach wäre, würde das Leben langweilig werden. Also nehmt die Herausforderung an, nach dem Silberstreif am Horizont zu suchen. Sucht ihn mit dem Wissen, dass er tatsächlich da ist. Es geht nicht darum vorzugeben, dass ihr etwas genießt. Das ist kein Lächeln durch ein Gefühl der Traurigkeit, von dem wir sprechen. Wir sprechen von einer allmählichen Verlagerung, genauso wie euer Aufstieg eine allmähliche Verlagerung sein wird. Sobald ihr eine einfache Verschiebung in eurer Wahrnehmung zulasst, werdet ihr die Schleusen öffnen. Es ist eine große Erleichterung, eigensinnlos zu lassen. Wenn ihr an den Strand gebunden wärt, dann wäre der Regen für euch viel schwerer zu akzeptieren. Aber wenn ihr euch den Moment anpassen und den Regen als Gelegenheit nutzen könntet, etwas Anderes zu erforschen, was ihr normalerweise nicht bedacht hättet, dann geht ihr mit dem Strom. Also lasst ihr die Energien durch euch hindurch gehen und das ist das Leben, das wir für euch alle wollen. Wir sind der aktorianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!